Musik So, da ist ja mein Kollege H.G. wieder mittenzwischen, auf den ist immer noch Klappenfeld ausgesetzt, auf die 1.0.1. Aber der Stefan Quante im Moment in Führung, vor der 594. So, und auch da kann sich nach der 1. Klappenfeld alles in der Führung machen. Der Stefan Quante ist in der 1. Klappenfeld, Tim Hacker, auf Platz 2. Jetzt holen sie natürlich kurz den Weg. Ohne Berührung, dran vorbei. Okay. Und wir sind seitig. Musik 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 Es geht nicht gleich. Man geht auch nicht gleich. Die ganze Straße ist da. So, das ist die 5.94, der AGE war, das ist nur bei der AGE, der hat sich ganz wenig zu greifen und ganz einfach zu sperren, aber der AGE entscheidet sich doch lieber rauszufahren. Noch nicht mal dafür hat es gereicht, der Wagen scheint auszuleiten, denn es wurde ausgefallen.